Wir haben heute vier europäische Nationen vertreten. Moldawien, Slowakei, Tschechien und natürlich Österreich. Es ist nicht immer leicht, dass die Leute miteinander und nicht gegeneinander spielen. Auch im alltäglichen Kontext sehen wir das. Aber letztendlich sind wir am gleichen Strang. Wir haben ein Ziel, nämlich gut in Zukunft zu kommen, erfolgreich zu sein. Und wenn man sich daran erinnert, arbeitet dann meistens uns schön gut zusammen. Alle Kollegen treffen sich aus der Arbeit. Aus der täglichen Arbeit und der täglichen Aktivitäten. Und diese Verbindung ist sehr, sehr wichtig. Wir sind natürlich von diesen typen Events konsolidiert. Wir sind die Verbindung zwischen unseren Mitarbeitern. Fußballspiel ist ein ideales Sinnbild für Gebauer & Griller. Fußball ist ein Mannschaftssport. Und um in einem Unternehmen erfolgreich zu sein, muss man auch im Team arbeiten. Fußballspiel ist ein Mannschaftssport. Ich sehe einen Werkleiter bei Gebauer & Griller als einen Coach auch, der seine Mannschaft ansteuert. Und er ist verantwortlich und er steht am Ende für das Ergebnis. Jeder muss seine Position wahrnehmen. Es gibt Stürme, es gibt den Verteidiger. Um erfolgreich zu sein, müssen wir genau das auch abbilden. Und es passt sowohl von der Ausdauer als auch vom Zukunftsgedanken ideal zu unserem Programm GG Fit für 2025. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.